Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar einen Solo Unlimited Money Glitch. Dieser Solo Money Glitch funktioniert auf der Xbox One, auf der PS4 und auch auf dem PC. Beim PC ist halt nur wichtig zu beachten, dass der Verkaufswert von dem Auto nicht über 150.000 Dollar wert ist. Was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall so eine Garage, wie ich das hier habe und die muss komplett voll sein. Und dann braucht ihr halt noch so eine Werkstatt, wie ihr es gerade im Hintergrund seht und hier auf Stellplatz Nummer 1 einen Fatschiroller, genauso wie auf Platz 9 und auf Platz 10. Zusätzlich braucht ihr noch eine 6er Garage, die voll ist und da ist es ganz wichtig, dass auf Platz Nummer 5 ein Dune Buggy steht. Wenn ihr noch keinen habt, geht ihr einfach unter Southland San Andreas Supercars und kauft euch einen für 20.000 Dollar. So, und jetzt setzt ihr euch auf den Fatschiroller auf Platz 10 und begebt euch mal zu eurer 6er Garage, die voll ist. Sobald ihr dann in eurer 6er Garage angekommen seid, kommt hier diese Meldung, dass die Garage voll ist. Das müsst ihr dann mit X bestätigen und ersetzt nun diesen Tune Buggy, der auf Platz 50 befindet. So, jetzt müsst ihr eigentlich nur noch die Garage verlassen und wieder zurück in euer Clubhouse gehen. Sobald ihr dann in eurem Clubhouse angekommen seid, geht ihr einfach nur zu dem blauen Kreis, weil ihr seht ja schon, dass der Tune Buggy auf Stellplatz Nummer 10 steht und der muss da weg. Und deswegen geht ihr in den blauen Kreis und ändert mal den Stellplatz auf Nummer 9, dass dieser Tune Buggy auf dem 9. Stellplatz steht. Wenn ihr das dann gemacht habt, verlässt ihr einfach nur wieder euer Clubhouse. Draußen angekommen, öffnet ihr mal euer Handy und ruft euren Mechaniker an und bestellt irgendeinen Lowrider, den ihr jetzt gerne duplizieren möchtet. Und dabei spielt es auch gar keine Rolle, in welcher Garage sich dieser Lowrider befindet oder was es für ein Lowrider ist. So, ich habe das Ganze mal mit dem Sapreturbo gemacht. Sobald euer Lowrider dann geliefert wurde, müsst ihr ihn einfach nur zerstören, wie ihr ihn zerstört, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber sobald er dann kaputt ist, müsst ihr einfach nur wieder zurück in euer Clubhouse gehen. Wieder im Clubhouse angekommen, begebt ihr euch mal auf Stellplatz Nummer 1, hier auf diesen Roller. Dann setzt ihr euch mal drauf und nun ist es ganz wichtig, es kommt ganz wichtig aufs Timing an, dass ihr da schnell genug seid. Und zwar, ihr müsst das Steuerkreuz nach rechts drücken, um hier in diese Garage reinzufahren und gleichzeitig 3x-Taste, um dort wieder abzusteigen. So, und nun öffnet ihr euer Handy, geht in das Internet rein, unter Souser und San Andreas Superautos und kauft euch nochmal so den Fatschiro-Roller für 5000 Dollar. Dann wählt ihr noch die Farbe aus und in dem Moment, wo ihr x drückt, um den Kauf zu bestätigen, ist es wichtig, dass ihr wirklich die 3x-Taste spammt, dass ihr wirklich direkt auf den Roller draufsteht. Also, ich habe jetzt die Farbe ausgewählt, gehe runter auf Kaufen, drücke x und dann sofort 3x-Bamen, damit ihr auf den Roller aufsteigt. Wenn es nicht klappt, dann müsst ihr es halt so lange machen, bis ihr auf dem Roller drauf seid. Wenn alles geklappt hat, dann sieht es so aus wie bei mir. Jetzt müsst ihr einfach nur noch das Clubhouse auswählen und hier diesen ersten Fatschiro-Roller auswählen, auf dem ihr gerade drauf seid. Wenn ihr das dann soweit habt, müsst ihr einfach nur mit x den Kauf bestätigen, dann sofort die Kreistaste drücken und 2-3x-X drücken. Spammt am besten x durch, damit ihr einfach in die Garage bzw. in die Werkstatt reinfährt und das es dann so komisch rumbackt. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seid ihr jetzt hier in der Werkstatt ohne Roller. Geht dann in euer Handy rein und ruft mal Morse Mutual an, um euren Lowrider wieder anzufordern, den ihr gerade eben zerstört habt. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr zu eurem Tune-Buggy und steigt einfach ein. Wenn ihr dann bis dahin alles richtig gemacht habt, müsstet ihr automatisch wieder hier in diese Garage reinbohren. Jetzt geht ihr nur noch auf Lackierung und ändert irgendeine Lackierung. Dort ist es ganz wichtig, dass nur Lackierung geändert wird und dort würde ich euch empfehlen, das Ganze wirklich mit den klassischen Farben zu machen, weil die einfach am wenigsten kosten. Da geht ihr aus dem Menü raus und wie ihr seht, fährt ihr jetzt mit dem Roller raus, aber gar keine Angst, sobald ihr dann wieder auf eurem Stellplatz seid, ist es wieder in einem Tune-Buggy oder seid ihr wieder in einem Tune-Buggy drin. So, wenn ihr das dann soweit habt, dann geht ihr einfach nur aus eurem Clubhouse raus und müsst nun irgendeiner Kontaktmission beitreten. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit einer Lester-Mission zu machen. Falls ihr gerne habt, müsst ihr ihn halt kurz anrufen und irgendeinen Job anfordern. So, wenn ihr jetzt einen Job habt, dann geht ihr einfach nur hier in diesen Job rein. Sobald ihr in einem Menü drin seid, müsst ihr einfach nur wieder mit Kreis und X bestätigen, dass ihr aus dem Menü rausgeht und seid dann wieder im freien Modus. Dann seht ihr schon, dass hier dieser Subreturbo, in meinem Fall, hier in der Nähe von eurem Clubhouse gespawnt ist. Und dann müsst ihr jetzt einfach nur einsteigen und könnt ihn jetzt verkaufen. Keine Angst, es ist jetzt kein echter Lowrider bei euch in der Garage, sondern es ist jetzt ein duplizierter. Also wenn ihr den jetzt verkauft, verschwindet euer echter nicht, das zeige ich euch jetzt gleich. So, ich verkaufe den jetzt erstmal für 655.000 Dollar. Wenn ihr das Ganze mit dem Sultan RS macht, dann könnt ihr bis zu 800.000 Dollar etwa bekommen, wenn ihr ihn voll aufgetunt habt. Und ich habe ihn ja aus der einen Garage jetzt rausgeholt und zeige ihn auch in dieser selben Garage drin habe. Und wie ihr seht, hier befindet sich immer noch mein Subreturbo. Wenn ihr jetzt den Glitch einfach, oder wenn ihr weitere Autos duplizieren möchtet, dann müsst ihr einfach den Glitch wieder von vorne machen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall einen Haufen Geld in kürzischer Zeit machen. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und ich wünsche mir gute Besserung. Also übrigens, macht's gut. Ciao, euer Zilli.